ja hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen kleinen video heute series skylines ihr seht im hintergrund der trailer von dem spiel und ich muss sagen ich habe mich ein kleines stückchen verliebt in das ganze das spiel soll das beste aus sim city series die teile die es bisher gab und series of motion sollen die entwickler das beste zusammen gesammelt haben ich will jetzt einfach mal nicht clown sagen sondern zusammen gesammelt haben und daraus series skylines gemacht haben ich freue mich riesig auf das spiel am 10 märz soll das ganze erscheinen für glaube ich 27 euro bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ich habe das ding auf jeden fall schon vorgestellt und ich werde hier auf diesem kanal natürlich ein paar videos dazu veröffentlichen also leute wenn ihr nichts verpassen wollt abonniert den channel weil wir werden eine super zeit zusammen haben in diesem spiel es wird der hammer ich bin ja allgemein riesen sim city fan und banished fan und allgemein so aufbauspiele liebe ich und wenn sie dann noch so gut gemacht sind wie der eindruck von dem hier also seht die skylines dann kann dem ganzen eigentlich nichts mehr im weg stehen gut leute ich lasse euch den trailer noch zu ende laufen freut euch darauf drückt auf abonnieren und ich bin raus